Hi Leute, hier nochmal ein ganz kurzes Ankündigungsvideo und zwar bin ich beim Deutschen Webvideopreis 2014 dabei. Also genauer gesagt ein Video von mir ist dabei und zwar das Let's Play Vegan, also das zweite interaktive Kochvideo und ihr könnt ab jetzt dafür abstimmen und zwar einmal täglich. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich würde mich wirklich super freuen, wenn ganz viele von euch da für mich abstimmen würden und ihr könnt auch mal bei den anderen Videokünstlern vorbei schauen, das sind allein in meiner Kategorie mehrere hundert auf jeden Fall, bei den anderen habe ich noch gar nicht nachgeschaut ehrlich gesagt. Und ja, würde mich wirklich super freuen, wie gesagt, ja, dann bis zum nächsten Video wieder. Okay, tschüss!